Klopf, klopf, wer ist da? Ein neues Universe Beyond steht vor der Tür, diesmal ist es Assassin's Creed. Die Spielereihe, beziehungsweise das Magic-Set zur Spielereihe Assassin's Creed wird am 5. Juli 2024 veröffentlicht und es ist nur eins von vielen Universes Beyond, das noch vor der Tür steht, beziehungsweise das uns in Zukunft erreichen wird, denn wir haben ja auch noch Marvel vor uns, Final Fantasy vor uns, das heißt ich werde auf jeden Fall immer mal wieder so ein Video hier einstreuen, wo ich so ein bisschen meine persönliche Meinung zum Set, vielleicht auch meine Kritik äußere, aber euch auch generell einfach vorstellen möchte, wie denn dieses Set aufgebaut ist, welche Produkte es dazu geben wird, welche Mechaniken dort vielleicht drin sind und darum wird es heute gehen, aber ich meine, ihr habt es vielleicht schon im Podcast gehört, ihr habt es vielleicht schon beim Debüt-Stream gesehen, ich habe den Stream zu Assassin's Creed ja auch geco-streamt, wo sehr, sehr viele Karten gepreviert wurden. Ja, gehen wir doch einfach mal rein, was ist Assassin's Creed eigentlich? Assassin's Creed ist ein Universes Beyond-Set, besteht aus, ich glaube, 115 Karten ungefähr, es wird natürlich wieder Full Art Basic Lands geben, Assassin's Creed wird in Modern legal sein, in Commander, in Legacy und in Vintage, also quasi Eternal-Format legal sein, außerdem gibt es noch ein Produkt, das nennt sich die, ich weiß nicht, ich glaube die Starter-Kits, wo zwei Decks dabei sind, die man sofort gegeneinander spielen kann, also 60 Kartendecks, die hoffentlich gut gebalanced sind, in denen selber gibt es auch nochmal zwei Mystic Rares, sechs Rares, acht Uncomments und neun Cumments, die nur in diesen Starter-Kits zu finden sind, die ihr also nicht in dem normalen Produkt bekommen werdet. Ja, das normale Produkt setze ich hier mal in Anführungszeichen, denn in Wirklichkeit ist es gar kein normales Produkt, wir bekommen nämlich eine neue Art von Boostern mit Universes Beyond Assassin's Creed. Hier seht ihr es auch direkt, und zwar die Beyond-Booster, wie die aufgebaut sind, dazu kommen wir gleich. Ich will euch hier diesen Artikel Collecting Assassin's Creed einmal kurz der Reihe nach vorstellen. Es gibt natürlich wie immer auch verschiedene Treatments, wir haben Scene-Cards, wir haben Borderless Memory Corridor-Cards, Extended Art, Foil-Edged und Texted Foil-Cards und Serialized-Karten sind natürlich auch mit dabei. Wie ihr sehen könnt, in den Beyond-Booster sind nur die ersten beiden zu finden, in den Collector-Boostern, die es auch geben wird, könnt ihr natürlich alle Arten und von Booster-Fan finden. Die Full Art Basic Lands sehen ziemlich nice aus und stellen halt, glaube ich, auch sehr, sehr schön die Szenerie und sozusagen das, was Assassin's Creed so ein bisschen verkörpert, auch da einfach diese schöne Welten, diese historischen Welten, in die man dann immer zurückreist. Ich persönlich habe mit dem Franchise, mit dem Game nicht so viel zu tun, deshalb verzeiht es mir, wenn ich einige Fauxpas einbaue. Ich versuche, das zu vermeiden und so allgemein wie möglich zu sein. Es gibt sicherlich einige Magic Content Creator, die ein bisschen mehr mit Assassin's Creed anfangen können, oder auch einige von euch. Trotzdem versuche ich euch hier, das so weitestgehend objektiv näher zu bringen. Das sind die Basic Lands, die sehen toll aus, kann man nichts anderes sagen. Memory Corridor, ja, da sehen wir hier in meinen Augen Karten, die passen eher zu so einem futuristischen Kartenspiel. Ich weiß nicht, eher so zu Netrunner oder sowas. Mir persönlich gefällt der Frame hier nicht so. Insbesondere in der Namen- und Mana-Zeile, also oben, finde ich das Nicht-Abgerundete von dem Rechteck, wo es drin steht, nicht so besonders attraktiv. Das ist der Memory Corridor-Style. Wir haben tatsächlich auch Textured-Foil-Karten, die mit dabei sind. Dafür gibt es allerdings nur fünf. Also die fünf Mythic Rares sind in Textured-Foil vorhanden. Wir haben Borderless-Karts natürlich mit ein paar Reprints auch. Also Sword of Feast and Famine wird dabei sein. Über die einzelnen Karten will ich jetzt tatsächlich nicht reden. Ich mache vielleicht in der Videobeschreibung einen Link zur Scryfall-Liste, wo ihr euch alle Karten angucken könnt, ob das vielleicht für euch interessant ist. Oder ob ihr vielleicht sagt, oh mein Gott, ich kenne das Spiel so gut, ich schaue doch einfach mal, wie irgendwelche besonders ikonischen Charaktere oder Items wie zum Beispiel der Apple of Eden mechanisch in Magic umgesetzt wurden. Es wird diese speziellen Persönlichkeiten geben, wie zum Beispiel Leonardo da Vinci. Cleopatra ist auch dabei. Die gibt es auch in Serialized. Die Scene-Card, das sieht ziemlich cool aus tatsächlich, muss ich sagen. Da haben wir tatsächlich Reprints von den Horizon Canopylands, also Sunbed Canyon, Fiery Island und so weiter, die in Summe halt diese Szenerie ergeben. Das sieht schon ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ja, Extended Art-Karts, das gehört ja jetzt auch in der Zwischenzeit als zum Evergreen mit dabei. Foil-Edged-Karts sind auch klassisch dabei. Die Serialized-Karten hatte ich gerade schon angesprochen. Die besonderen Persönlichkeiten, also die legendären historischen Charaktere werden in Assassin's Creed auftreten und Serialized sind sie auch tatsächlich nur in der Sprache, die zu dem Charakter gehört. Also ihr werdet hier, sowohl Cleopatra als auch Sokrates, werdet ihr auf Griechisch haben, also mit der Schrift Griechisch, während Leonardo da Vinci dann eben auf Italienisch zu finden ist. Und jetzt kommt der spannende Part, wo sich auch direkt der Anfang meiner Kritik drin äußert, Beyond Booster. Letztes Jahr gab es mit March of the Machine die Epilog-Booster, die überhaupt nicht gut angekommen sind, die sich überhaupt nicht verkauft haben. Wo einfach kein Booster von da war. Die Booster hatten fünf Karten drin. Es war unheimlich repetitiv. Also man hatte quasi jede Karte irgendwie doppelt und dreifach in jedem Booster. Es gab ja auch nur, war nur ein sehr kleines Set. Ich weiß gar nicht, irgendwie so 60 Karten oder sowas. Assassin's Creed ist ein bisschen größer. Und die Beyond Booster sind auch ein bisschen größer. Da sind nämlich sieben Karten drin. Das macht es aber, glaube ich, nicht viel besser. Weil wozu sind die gedacht? Was sollen Beyond Booster? Da sind sieben Karten drin. Das kann man nur sammeln. Man kann damit nicht spielen. Vielleicht überlegen sich einige findige Zuschauer jetzt hier, ein cooles Booster-Game, was man mit sieben Karten spielen kann. Aber im Prinzip ist das ja nur zum Sammeln da. Und dafür ist das Produkt relativ teuer. Also wenn ihr jetzt mal schaut, die Vorverkaufspreise, ganz egal, ob ihr im Local Game Store auf großen Online-Vertrieben oder auf Amazon schaut, dafür, dass die Booster so klein sind, sind die sehr, sehr, sehr teuer. Dafür, dass die Karten modern-legal sind und dafür super unspielbar sind im Modern, sind die Karten sehr, sehr, sehr teuer. Dafür, dass die Karten hauptsächlich für Commander gedacht sind, hätte man sie auch einfach in Commander-Precons packen können, was in meiner Ansicht nach eine viel, viel, viel bessere Produktpalette gewesen wäre. Einfach die legendären, ikonischen Charaktere, darum ein Commander-Deck bauen und fertig. Nein, man packt sie in Booster rein, in Beyond-Booster. Die, wie aufgebaut sind, drei Uncommons, ein Basic Land oder Scene Card oder eine Rare oder Mythic Scene Card, eine Non-Foyer oder Mythic, eine Traditional-Foyer Card und eine Wildcard, wenn man so will. Wie die genau aufgebaut sind, das könnt ihr hier in diesem Artikel nachlesen, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Also ich meine, das hier in der Zwischenzeit, dass man das so genau auffüllen muss, macht wahrscheinlich Sinn, ist aber ehrlich gesagt für den 0815-Verbraucher, also ich weiß nicht, wer von euch später rezitieren kann, wie wahrscheinlich im Non-Foyer-Booster-Fun-Card-Slot eine Traditional-Foyer-Showcase-Memory-Corridor-Uncommon ist. Das sind natürlich 13,89 Prozent, weiß man natürlich. Collector-Booster sind auch ein bisschen kleiner geworden, also die kosten sehr, sehr viel. Ich glaube, auf Amazon kostet ein Collector-Booster-Display irgendwie 320 Euro oder so, also teurer als ein normales Set. Dabei sind aber nur zwölf Karten in einem Collector- nee, zehn Karten sogar nur, entschuldigt, zehn Karten sind da nur drin. Also die Collector-Booster-Anzahl wurde auch noch mal kleiner gemacht. Gehört sich wohl einfach so. Das sind Universes Beyond-Collector-Booster, die müssten halt einfach einen Ticken kleiner sein. Auch hier gibt es ähnlich wie für die Beyond-Booster eine Beschreibung, was da irgendwie drin sein kann. Könnt ihr euch in Ruhe mal anschauen. Es gibt ein Bundle. In dem Bundle sind neun Booster drin. Wie normal auch, aber es sind Beyond-Booster. Das heißt, anstelle neun mal 14 respektive neun mal 15 Karten bekommt ihr neun mal sieben Karten. Der Bundle-Preis ändert sich nicht, ist sogar noch ein bisschen teurer geworden. Also auch das finde ich persönlich sehr schwierig. Das, was man positiv erwähnen muss, ist zum einen die Immersion, die das Spiel erzeugt. Da werde ich gleich auch noch bei den Mechaniken genauer drauf eingehen. Wir hatten das bei den Artworks schon gesehen. Die Szenerien sind toll dargestellt. Ich habe auch das, was ich so an Feedback von Leuten bekommen habe, die Assassin's Creed sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel gespielt haben. Sagen sie, die Charaktere sind gut umgesetzt. Flavormäßig passt das super. Die Mechaniken sind super. Das ist definitiv etwas, was man diesem Produkt hier zugutehalten muss. Genauso wie ich finde das Starter-Kit. In meinen Augen eines der besten Magic-Produkte, die man bringen kann, gerade zu Universes Beyond. Nämlich einfach die Möglichkeit für Spieler oder für Leute, die Assassin's Creed kennen, aber mit Magic noch nicht so viel anfangen können. Einfach eine super easy Möglichkeit, einfach Magic zu zocken. Man kauft sich das Starter-Kit. Man hat zwei Decks, die ready to play sind. Einfach 60-Karten-Decks, die hoffentlich gut gebalanced sind, wo man einfach sofort drauf loslegen kann und zocken kann. Das ist ein super Produkt. Das sollte es eigentlich zu jedem Set, zu jeder Edition immer geben. Ja, ist auch ein bisschen teurer tatsächlich. Oder die Starter-Kits werden auch immer ein bisschen teurer. Trotzdem finde ich ein super Produkt, ehrlich gesagt. Ob die jetzt gut gebalanced sind, also es geht ja hier, es ist so ein bisschen irgendwie Rot-Weiß gegen, also Rot-Weiß-Eivor, also da so ein bisschen in Richtung Wikinger, gegen Blau-Schwarz-Assassinen, Assassin Matters. Das eine ist so ein bisschen Equipment, und das andere ist so ein bisschen Assassinen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Wir kennen das noch nicht. Aber von der Produktpalette her, hier meine Kritik auf jeden Fall ganz klar. Wer sammelt das Set? Also ich meine, ich sehe die Identität nicht wirklich. Also ich sehe, dass das ein modern-legales Set ist. Uni versus Beyond. Ich sehe, dass die meisten Karten für Commander gedacht sind. Zum Beispiel die Freerunning-Mechanik, die wir uns gleich anschauen werden. Da steht explizit Commander drin. Das Power-Level der Karten ist extrem niedrig und wird für Modern keine Rolle spielen. Das heißt, man braucht eigentlich keine Booster. Wenn man davon ausgeht, dass es Liebhaber dieser Spiele-Serie kaufen, kann man sich einfach Pre-Constructed Commander Decks holen. Da sind alle Karten drin. Da gibt es kein Gamble. Da gibt es nicht irgendwie eine Lotterie, was man aus den Boostern rausholt, sondern man hat sie einfach. Es ist fix, was drin ist. Und dann ist gut. Aber nee, man hat hier einfach ein modern-legales Booster-Set, wo die Karten alle egal sind und man die Karten, die man braucht, vielleicht noch nicht mal zieht. Das ist in meinen Augen eine sehr schlecht ausgewählte Produktpalette. Mechaniken sehr ähnlich. Ich habe das in letzter Zeit häufig gesagt. Ich finde die Mechaniken uninspiriert. Muss ich fairerweise einfach sagen. Weil, ganz ehrlich, es gibt eine neue Mechanik. Die heißt Freerunning. So, Freerunning hier, kurz erklärt auf Eagle Vision. 4 und Blau ist für eine Sorcery. Draw 3 Karts. Easy as that. Hat aber die Freerunning-Ability. 1 und Blau ist. Dass da Assassin draufsteht, komplett nachvollziehbar. Völlig in Ordnung. Wir sind in Assassin's Creed. Das sollte ein großer Typel-Aspekt sein. Also, viele Kreaturen sollten den Kreaturen-Typ Assassin haben. Und irgendwie eine Mechanik, die mit Assassin's Sound macht, finde ich sehr gut. Da steht Commander drauf. Für mich, ganz klares Zeichen, wird halt einfach so ein bisschen mehr die Commander-Schiene angespielt. Aber warum dann Beyond Booster und nicht Pre-Constructed Deck? Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Die Mechanik ist okay. Ja, das Commander hätten sie weglassen können. Aber ansonsten, naja, ist halt okay. Aber ist jetzt auch nicht besonders krass. Das sind alternative Casting-Kost und spielen mit dem hauptsächlichen Kreaturen-Typen des Sets. Okay. Andere Mechaniken gibt's nicht. Alles andere sind wiederkehrende Mechaniken. Historic. Also einfach die Klassifizierung von Karten als Historic. Das sind Artefakte, legendäre Karten und Sagas. Das sind Historic. Da können Karten drauf referieren. Kennen wir schon seit Dominaria. Returning Mechanic Disguise ist gar nicht so lange her, war in Murder's at Call of Manor auch nicht besonders inspirierend. Returning Mechanic Cloak genau das gleiche. Wenn man Disguise hat, hat man irgendwie auch Cloak. Genauso wie wenn man Morph hat, hat man auch irgendwie Manifest. Ja, und das war's dann auch schon. Ich glaube, es gibt keine weiteren Mechaniken. Und die neue Mechanik ist Freerunning und die macht was mit Assassinen. Okay. Ist in Ordnung. Finde ich uninspiriert. Ehrlich gesagt, fehlt mir da einfach weiß ich nicht. Da fehlt mir so ein bisschen. Was ist der Selling Point dieses Sets? Also ich, wie gesagt, ich betrachte das immer aus der Warte eines Menschen, der Assassin's Creed nicht gespielt hat, aber Magic kennt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man entweder Assassin's Creed gespielt hat und Magic nicht kennt oder Assassin's Creed gespielt hat und Magic mag. Also da gibt's ja natürlich verschiedene Möglichkeiten. Da könnt ihr mich auch gerne in den Kommentaren aufklären, was ihr sagt. Naja, also wir finden das schon super cool. Wie gesagt, das ist auch das Feedback, das ich gehört habe. Flavormäßig ist es super gut umgesetzt. Art-Style-mäßig ist es gut umgesetzt. Viele Leute mögen den Memory-Corridor-Art-Style, der jetzt nicht so mein Fall ist. Und ich hatte das auch schon im Podcast erwähnt. Da hab ich so gesagt, Naja, es ist für mich schwierig, mich in die Lage rein zu versetzen. Denn was passiert, wenn zum Beispiel jetzt bald das Final Fantasy Set rauskommt und es eigentlich objektiv scheiße ist, aber ich das Franchise so liebe und deshalb plötzlich auch die Karten liebe. Ist das vielleicht etwas, wo ich auch affektiert bin oder so? Das weiß ich natürlich nicht, weil ich eben Assassin's Creed nicht kenne. Wenn ich versuche, es objektiv zu bewerten, finde ich, es sind einige Mängel da. Wie zum Beispiel die Beyond-Booster, die nicht vorhandenen Commander-Decks, die uninspirierten Mechaniken. Ja, was halt gut ist, das wollte ich hier zum Schluss nochmal erwähnen, ist halt eben das Starter-Kit. Hier wird nochmal so ein bisschen genauer darauf eingegangen, was in dem Starter-Kit drin ist, was man erwarten kann, wie sozusagen die Showcase-Karten aussehen, IWAR Battle Ready und Escarp and Fortress versus, wenn du so willst, Ezio Blade of Vengeance und Achilles Davenport. Und die Decklisten sind auch schon angezeigt. Ja, ist glaube ich einfach, ist einfach solide. Also, da kann man nichts mit falsch machen, denke ich, wenn der Preis stimmt. Ja, das ist Assassin's Creed. Wird wie gesagt am 5. Juli 2024 veröffentlicht. falls ihr das Video 2026 oder 2027 schauen solltet. Ich bin kein großer Fan. Im Podcast habe ich so die Schulnote 4 gegeben, weil mir einfach sehr, sehr, sehr viel fehlt für den Universe Beyond Set. Herr der Ringe zum Beispiel war dadurch, dass es draftbar war und ein relativ gutes Draft-Environment, jetzt mal davon abgesehen, dass vielleicht schwarz ein bisschen zu dominant gut war und grün vielleicht, also das Color Balancing nicht so perfekt war, konnte ich mit der Edition einfach wesentlich mehr anfangen, Magic-mäßig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was mache ich mit Universe Beyond Assassin's Creed und den Beyond Boostern? Kaufe ich die, um die zu sammeln? Weil ich kann sie nicht in Modern spielen, dafür ist das Power-Level zu niedrig. Ich persönlich spiele keinen Commander und ich weiß halt auch nicht, ob es irgendwie so geil ist, mit diesen Karten, also mit diesen 100 Karten, die existieren in Assassin's Creed Universe Beyond, da flavormäßige Commander-Decks zu bauen. Vielleicht kriege ich damit gar kein Deck voll oder so. Kann natürlich gut sein, dass es einige Karten gibt, die man so Rosinen-Pick-mäßig aus Assassin's Creed braucht, um in seine anderen Commander-Decks reinzupacken, aber mir fehlt in Summe, ehrlich gesagt, so ein bisschen die Daseinsberechtigung dafür, was es eigentlich macht. Aber das ist meine Meinung. Lasst mich gerne wissen, was ihr von Assassin's Creed haltet und dann sage ich bis zum nächsten Video. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Euer Solaris. Tschüss! 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 Vielen Dank.